Spacemarine Äh, ja Es werden immer mehr Orks und die werden auch immer heftiger Und auch immer mehr Große Orks kommen da auf uns zu Und ja, ich bin immer knapp am abkratzen Komm du Kasperl Ha Das ist wieder so ein Springer Da ist er, ja komm her Lass es sein, komm her Wir haben unseren Wildheitsmodus aufgebraucht für den Boss, ja Und deswegen habe ich da Vorwärts, beseitigen Sie die Orks Oh Oh Dann picken wir ab eigentlich Oh Oh Wir sind alle tot Oh, hat der mich jetzt, der hat mich Ich habe dann drei Sprengladungen auf dem Körper gepackt und der lebt ja noch immer Also Also Irgendwie da in den engen Räumen, da sollten wir Andrade Irgendwie Verwenden, denke ich Rückzug ist die Beste Strategie, oder? Da, ja, runter, komm Und jetzt scheit er gleich wieder, ja 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 Ja, lass es sein, komm her Und du auch Ja Da drüben sind die Jungs, ja Und jetzt, schauen wir mal Ja 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 Lass mich da raus, da runter, irgendwo hin Ja Ja An mir kommt keiner vorbei Ja 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 Die Orks haben das Geschütz in Bezug genommen Schon ein einzelner Schuss wird die Tore durchbrechen. Das dürfen wir nicht zulassen. Habt ihr das jetzt gesehen? Dann habe ich neun Sprengerungen verpasst. Erst bei der neunten ist er gestorben. Vorwärts, beseitigen Sie die Orks. Ich brauche ein Medi-Bag und ich brauche Monum. Ich brauche eigentlich alles. Da leuchtet irgendwas hoch da vorn. Ja, da ist Mon, die holen wir uns zuerst. Ja, komm her. Na, Entschuldigung, bitte komm. Ich bin so nervös bei deinem Spiel. Das hatten wir jetzt. Was ist denn das hier? Ja, die Mon brauchen wir auch, genau. Die Mon. Na, komm. Okay, nochmal. Was ist denn da? Ah, geht nicht mehr. Okay. Die haben wir. Passt. So, schauen wir mal. Ja, gut. Gut. Nachgeladen. Alles nachgeladen. Okay. Und da, rot geht gar nichts. Da müssen wir dann weiter. Und jetzt wird es ja wieder. Da unten heftig. Seht ihr das, wie die Jungs da ballern auf uns? Ne, nicht auf uns. Ah, da rüber. Okay, aktivieren. Da gerade. Genau so. Einsatzallee, die Krier. Kontrolldeck Nummer 2, hören Sie mich. Hier spricht Käpt'n Titus von den Ultramarines. Identifizieren Sie sich. Hier spricht Stabsgefreiter Antioch, Sir. Ich meine, mein Lord. Ich muss ins Manufaktur rum, Stabsgefreiter. Es gibt einen Aufzug direkt unter der Stelle, wo Sie die Ladung haben fallen lassen, mein Lord. Dort können wir uns treffen. Bereit machen. Wir werden gleich da sein. Ja. Titus Ende. Neues Einsatzziel. Erreichen Sie das Titanmanufaktur. Gut. Wir haben da alles, was wir brauchen. Ich hoffe... Eine Handvoll Soldaten hält das riesige Ton. Sie halten nicht lange durch. Sie konnten die Zugangsbrücke abreißen. Die Orks sind jetzt nicht mehr im Vorteil. Ich brauche ein wenig Nahkampf, so wie es aussieht. Zerschlöger, Zerschlöger! Oh. Ah, ich muss da rüber. Ist nichts, nichts. Kein mehr. Komm, noch mehr Menschen, Stabrück! Und hier? Oh. Irgendwo. Wo ist denn der? Ah. Ah. So. Laufen! Laufen! Noch mehr Fletscher, Schwerger, Spendt! Zeit zu sterben, Menschens! Jetzt grutze fix noch einmal. Das kann doch nicht sein. Okay. Wir haben uns jetzt wieder einmal über den nächsten Angriffspunkt gerettet. Da hinten läuft noch einer. Ja, komm her. Okay. Gut. Die brauchen wir alle nicht. Okay. Okay. Nun gut. Das war wieder einmal ein Tohuwabohu. Oh. Haha. Nett ausgeteilt. Da oben ist er. Oh, fuck. Okay. Lass mich doch hinruhen. Komm her. Ich hole mir den da oben, denke ich. Wo ist denn der? Da. Okay. Ich bin nicht mehr nötig, um Nords zu fassen. So. So. Du? Ja, dich nehme ich mit der Hand, oder? Denke ich. Okay. 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 Komm. So. Nummer eins. Oh. 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 ein Stamper da geht es ja wieder mal ab das war der finale Schuss ich brauche noch ein paar Orks für den Wildheitsmodus aber Munition ist auch nicht schlecht oder Granaten, genau so ist es und nach Bladen, ok gut so, wo müssen wir jetzt da wieder hin? wieder da runter? das kann ja nicht sein ich will da aber nicht runter ja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, komm her geht irgendwo hinter da ist alles so verraucht, kann das sein? oh, da hat man eine Grafischkarte Schwierigkeiten es wär doch nicht, um Nord zu treffen ja, kommt ablassen ja, kommt doch mal, schießt auf da weg hier Ja, haben wir es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Und da ist alles voller Rauch. Sie müssen sich beeilen. Die Kommen heute sind wieder unterwegs. Wenn Sie unseren Zugangspunkt finden, sind wir schnell erledigt. So, ja. Lass es sein, komm. So, das kann ja nicht sein. Wo kommen die alle her? Ist da ein Ringelbeats mit anfassen? Oder was ist denn da los? Die müssen da ein Nest haben? Oder eine Königin? Oder wie? Ah. Ich habe noch keine Orkfrau erlebt. Ah, ich denke ja. Fürs Erste. Nein. Jawohl. Ja, genau. Komm her. Nochmal, schieß nochmal auf mich. Verflügelst du zu Geräte. Wo hüpfen die? Okay. Wo hüpfen die überall herum? Ah, da vorne ist... Und wir haben noch genug Mund, ja. Und der erwischt uns wieder voll. Und du steh'n mir im Weg her. Ja, ich sag ja. Schau, doch diesen Jungen an. Verschwind. Dann nehme ich halt einmal den. Und die, ja. Und da hinten sind auch noch ein paar. Stelle ich mich... Ja, lass mich in Ruhe. Schon wieder. Ja, tötet mich. Tötet mich. Und dich auch. Ja. Das müsste es gewesen sein. Nachladen und nachladen. Und los geht's. Irgendwo Mund, Leute. Das nimmt doch kein Ende. Ja. Ich baller einfach drauf los, ja. Komm her. Na. Der ist schon im Stirn gewesen, der arme Teufel. Ja, ich muss da zum Kontrollpunkt. Ausfertig, Schluss. Und das war's dann. Dann machen wir eine kurze Zigarettenpause. Okay. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. So wie ich, ja. Habt auch weiche Knie? Ja, ich schon. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euer Toso. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.